So, jetzt beim dritten Training. Ah, der ist jetzt kurz Zeit lang übernommen. Ich bin hier. Überlegen. Jetzt machen wir es mit dem Tempo. Drive-Manage. Folge quetschen. Jetzt mit dem Bulli fangen wir ganz auf. Das heißt, wenn ich jetzt renne, ist eh halb vier. Dann sehen wir dann, wie es kommt. Jetzt schauen wir mal, wie weit wir hier kommen. Vielleicht setzen wir jetzt in der ersten, zweiten Runde das Auto an die Wand. Wenn ich hier violette Zeit habe, in einer der beiden drei Runden. Ich setze dann das Auto an die Wandern, wenn wir das Bulli fangen. Und das war in Aserbaidschan nicht so viel Pech haben wie in Kanada, wo uns das Science von der Strecke gekegelte. Oh, das ist so interessant. Weißt du schon mal, ich guck die Rechtskurve. Habe mal luchten, das hat uns so viel gekostet. Ah, guck guck. Ja, aber grad noch... ... diese Runde unterbietet unsere Premiere-Zielzeit. ich hab' ich schnell zur Zeit gefahren Das Wetter sollte erst einmal trocken bleiben, wenn sich die Vorhersage ändert, sagen wir dir Bescheid Ist alles in Ordnung? Das war heftig, sag uns bitte, ob es... Dann auf zum Qualify Ein schneller Blick auf die Reihenfolge am Ende dieses Trainings, hier sind die Top 3, Hamilton, Vettel und Walton Bei 11. Platz mit der einen drin ist 30 Ressourcen Braffrei noch welche Die besten Teilnahme allein ist Weiß mir noch Hi, wie geht's? Hier hast du die Ziele für das Qualifying am Wochenende Die letzte Zeitrausch Der 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 Aber wir wissen, dass du dir Mühe gibst. Jetzt lassen wir es um. Weit mich. Lähden die Pasterbox fertig. Ja, das ist schon ein kurzer Fall. Oh, das ist ein langer Grad. Schauen wir mal an. Die nächste Zeit wird auf jeden Fall. Verbesserbar Wird ein kleiner Bescheid Jetzt Wir sind raus Oh, hatte ich gekobt Wir sehen geringfügige Schäden am Frontflügel Schon in den Wagen, bis wir ihn repariert haben Wir wollen nicht, dass es sich verschlimmert Oh, dass wir noch nicht verkehrt Wir sind raus Ah, ein bisschen mehr Gas weggangen habe ich hier laut. Du bist zurückgefallen, du bist momentan auf P7. Du bist zurückgefallen, du bist momentan auf P7. Der Spritstand ist sehr niedrig, dein Tank ist fast leer. Kommt innerhalb von zwei Runden an die Bobs. In der Hano hat in der Hano echt so viel Zeit verloren. Hier besser rausgekommen, also da ist einiges drin, aber kurz los. In der Hano, zwei Runden kommen wir mit dem Benzin noch raus. Das war jetzt schön verschwarten. Und zwei Sekunden, was? Was? Gut, das war jetzt die Runde zum Testen. Jetzt geht's nicht abig. schneiden oh da ist es denn schon gerade sage ich es noch gerade sage ich es noch gerade sage ich es noch bisschen zu eng um die Kurve und mit starten 22 22 22 die Auswertung noch ne herkipp 3x3 zurück da wird beides was abgezogen die Stimme brennen hallo ich möchte dir nur die Erwartungen des Teams fürs Rennen mitteilen viel Glück die 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 die